Ein Toilettenwaschraum mit Waschbecken, Spiegel und einer jungen Frau, die sich schminkt. Aber der Spiegel ist kein Spiegel, sondern eine Glasscheibe. Hinter der Glasscheibe gibt es den gleichen Waschraum nochmal, Spiegel verkehrt natürlich. Und die junge Dame, die Sie hier sehen, das ist nicht eine junge Dame, sondern ein Zwillingspaar. Mit einer Schwester hinter der Scheibe und einer davor. So, so sehe ich noch gar nicht. Kann ich auch nicht dafür. Das ist das heißt, da. Sehen Sie den Medenspiegel? Also ich kann sie sehen. Ist sie auch? Ja, aber... Das ist ja groß. Ich sehe's, das ist das nicht? Ich sehe es da nicht. So muss ich dir abklaufen, dass ich... Ich sehe es da mal rein. Ich sehe es, das ist alles gut. Ich sehe nein, das ist nichts. Kann ich sehen, du hast nichts? Also ich kann sie sehen. Ach so, Sie haben das nicht? Stehen Sie mal nach hinten. Nein, Sie sind nicht. Ja, was ist das denn? Was ist das denn für ein komisches Albe? Ja, tatsächlich, Sie müssen das sehen, weil Sie jetzt hier sind. Ja, Sie sind nicht. Ja, Sie sind nicht. Ja, Sie sind nicht. Haben Sie ein Problem? Ich bin jetzt ein Spiegel. Also ich habe mir nichts. Ich nicht mehr. Kann ich auch nichts dafür. Das ist dein Geheimnis. Ich bin ein Risiko. Ich bin ein Risiko. Ich bin ein Risiko. Ich bin ein Risiko. Entschuldigung, wie hat es das? Ich bin ein Risiko. Ich muss es da kurz gehen. Okay. Ich bin ein Risiko. Ich bin ein Risiko. Haben wir ein Problem? Das ist dein Geheimnis. Kann ich auch nicht. Das ist nicht schlecht. Tolle Anmache, wirklich. Das ist nicht schlecht. Entschuldigung, sehen Sie mich im Spiel? Ja. Ich sehe mich da nicht. Ich sehe mich. Das ist nicht schlecht. Das ist vielleicht die Stimme. Ich sehe nichts für euch. Das kann mir da sein, oder? Vielen Dank. Ich kann mich sehen. Ich sehe mich nicht. Jetzt sind Sie dabei. Ich würde direkt gucken, wenn jemand anders beinkommt und das auch so ist. Wir sehen, Julia. Das ist jemand. Ich komme von anderen Stellen. Ich habe das nicht gewusst, aber irgendetwas stimmt damit. Das schaffe ich nicht. Sieht ihr noch mal die Prüle runter? Sieht ihr nicht? Das ist nur gemasselt. Sieht ihr nicht, wenn ihr hier habt? Ja. Sieht ihr nicht? Ja, das ist nur gemasselt. Sieht ihr nicht? Nein, das ist nur gemasselt. Sieht ihr nicht? Sieht ihr nicht? Das soll ihr noch nicht erledigen? Ja. Sieht ihr nicht? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020